In Syrien herrscht seit 2011 ein furchtbarer Bürgerkrieg, in dem verschiedenste bewaffnete Gruppen und das Assad-Regime sich bekämpfen. Über 200.000 Menschen wurden bisher getötet, Millionen sind geflüchtet. Im Schatten dieses Krieges hat die Bevölkerung im überwiegend kurdischen Norden Syriens, Rojava, seit der Befreiung von Koban am 18. Juli 2012 selbst verwaltete Strukturen aufgebaut, die das Überleben der Menschen sichern und darüber hinaus Ansätze für ein demokratischeres Syrien ganz praktisch aufzeigen. Die Menschen in Rojava versuchen mit ihrem Projekt der demokratischen Autonomie ein alternatives Gesellschaftsmodell jenseits von nationalistischen, religiös-fundamentalistischen und patriarchalen Vorstellungen zu entwickeln. Doch gerade durch diese Perspektive gerät das Gesellschaftsmodell von Rojava zugleich ins Visier zahlreicher lokaler und regionaler Kräfte und wird von diesen angegriffen. Wir wollen mit unserer Veranstaltung heute das Modell Rojava näher beleuchten und zugleich über die Hintergründe der gegenwärtigen Angriffe des sogenannten Islamischen Staates IS auf den Kanton Kobane in Rojava sprechen. Welche Perspektiven bietet die demokratische Autonomie von Rojava? Warum wird Rojava so vehement vom IS angegriffen? Welche Rolle spielt die Türkei hierbei? Wie ist das Verhältnis der Kurden zum syrischen Regime? Und wie ist die Unterstützung durch die Anti-IS-Koalition aus der Luft bei der Verteidigung von Kobane zu werden? Diese und weitere Fragen wollen wir mit dem Co-Vorsitzenden der Partei der Demokratischen Einheit, Salih Muslim, einem der führenden politischen Vertreter aus Rojava, sowie Ulla Dschelpke, der innenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, die diesen Sommer in der Region Rojava war, diskutieren. Die Diskussion leiten wird Murat Schakir, Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. Die Veranstaltung bettet sich ein in die Bemühungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den Syrien-Konflikt besser zu verstehen, linken und progressiven Vertretern der Region die Möglichkeit zu geben, sich zum Konflikt auch hier in der Bundesrepublik zu äußern, Vorschläge für die Beendigung des Krieges zu machen und internationale Solidarität einzuwerben. Die Veranstaltung ist Teil der insgesamt noch geringen Aktivitäten der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Syrien und seinen Nachbarstaaten. Im vergangenen Jahr haben wir eine Studie zu Flucht- und Fluchtursachen in Syrien und Libanon gemacht und werden in diesem Jahr Studien zur Rolle von Sektarianism in dem Konflikt machen können. Das ist eine Begrenztheit der Ressourcen, wir müssen sehen, dass wir umverteilen und ich denke, die Veranstaltungen helfen dann vielleicht auch dazu. Gleichzeitig wollen wir die interne und öffentliche Diskussion mit syrischen Politikern und Vertretern von Bewegungen sowie wichtigen progressiven Persönlichkeiten fortsetzen und syrischen Künstlern die Möglichkeit geben, sich mit ihren spezifischen Möglichkeiten zum Krieg und möglichen Auswegen zu äußern. Doch eines möchte ich aus unserem bisherigen politischen Verständnis als Leiter des Auslandsbereiches aus und für die Region dieser Veranstaltung noch einmal vorausschicken. Wir setzen uns dafür ein, erstens, dass die kurdischen Organisationen aus den verschiedenen Staaten in der Region in Deutschland frei agieren können, einschließlich der PKK und nicht kriminalisiert werden. Zweitens, dass die kurdischen Flüchtlinge eine sofortige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nach ihrer Einreise in Deutschland erhalten. Und drittens, das Verbot aus Deutschland, Waffen zu exportieren. Nicht nur in dieser Region sind es insbesondere die Kleinwaffen, durch die die meisten Menschen sterben. Ungefähr ein Jahr nach dem Beginn der Demonstrationen gegen die syrische Regierung begann die PED, die ja eigentlich seit 2004 gegen das Regime kämpft, autonome Verwaltungsstrukturen in Rojava in Westkurdistan aufzubauen und Selbstverteidigungskräfte aus der Bevölkerung zusammenzustellen. Inzwischen existieren in drei Regionen, in Efren, in Kobane und Jizire, demokratische Rätestrukturen. Die Kantone Rojavas, die Verwaltungseinheiten und die Selbstverteidigungskräfte sind charakterisiert durch Geschlechterquoten und Repräsentation von Bevölkerungsgruppen entlang ethnischer bzw. religiöser Zugehörigkeit. Direkte Einbeziehung der Bevölkerung in die Entscheidungsmechanismen, kostenlose Schulbildung in der jeweiligen Muttersprache, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch die Bevölkerung selbst und die Versorgung der Bevölkerung auf der Grundlage von Produktionsgenossenschaften sind weitere Kennzeichen der demokratischen Autonomie in Rojava. Anfang 2014 wurde ein Gesellschaftsvertrag, eine quasi Vorverhassung verabschiedet und davon möchte ich aus dem Präambel kurz was zitieren, weil das ist hier in Deutschland nicht so ganz bekannt. Ich zitiere, gegen die Ungleichbehandlung der Religionen, Sprachen des Glaubens und der Geschlechter, für den Aufbau der Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie in einer gerechten ökologischen Gesellschaft, für das Erlangen eines pluralistischen, eigenständigen und gemeinsamen Lebens mit allen Teilen einer demokratischen Gesellschaft und ihrem politisch-moralischen Selbstverständnis, für den Respekt vor den Frauenrechten und die Verwurzelung von Kinderrechten, für die Selbstverteidigung, für die Freiheit und den Respekt vor dem Glauben, geben wir als Kurdinnen, Araberinnen, Assyrerinnen, Kaldäerinnen, Aramäerinnen, Turkmeninnen und Tschetscheninnen diesen Vertrag bekannt. Die Regionen der demokratisch-autonomen Verwaltung akzeptieren weder das nationalstaatliche, militaristische und religiöse Staatsverhältnis, noch akzeptieren sie die Zentralverwaltung oder Zentralmacht. Die Regionen der demokratisch-autonomen Verwaltung sind offen für die Beteiligung aller ethnischen, sozialen, kulturellen und nationalen Gruppen mittels ihrer Vereinigungen sowie die drauf aufbauende Verständigung, die Demokratie und den Pluralismus. Die Regionen der demokratisch-autonomen Verwaltung achten an den nationalen und internationalen Frieden. Das ist die Erkältung. Die Menschenrechte, sie erkennen die Grenzen Syriens an. Wenn man sich diesen Gesellschaftsvertrag ansieht, könnte man sich durchaus wünschen, mitten in Europa, dass auch die bürgerlich-demokratischen Gesellschaften Europas sich mal eine ähnliche Verfassung geben könnten. Zumindest in Ansätzen. Somit stellt die demokratische Autonomie in Rojava ein Gegenmodell dar. Ein Gegenmodell zu den herrschenden Gesellschaftsstrukturen im Nahen und Mittleren Osten. Das ist wahrscheinlich auch eines der Gründe, warum Rojava angegriffen wird. Deshalb möchte ich zuerst sagen, ich müsse fragen, wie ist die jetzige Situation in Rojava, in Kobane? Die letzten Informationen, die wir bekommen haben, die Radikalen waren einmal im Osten und einmal im Süden Kobanes. Überall, wo sie hineingekommen sind, haben sie daraus Snipers, also Scharfschützer gestellt und sie lassen nicht zu, dass jemand in die Nähe kommt. Und in jedem Haus ist eine Gruppe von ihnen, von diesen Radikalen da reingekommen. Daher, dort, wo sie hineingekommen sind, also in den Häuser, in denen sie hineingekommen sind, haben sie das alles vermint. Und daher, die Säuberung ist sehr zeitaufwendig. Es ist nicht nur schwer, sondern es ist zeitaufwendig. Und unsere Freunde, Genossen dort, versuchen die Befreiung mit möglichst geringen Verlusten zu erreichen. Daher geht es auch langsam voran. Aber jeder muss wissen, dass die Initiative bei JPG ist. Und unsere Freunde haben jeden Tag Fortschritte. Auch die internationale Allianz ist weiter dabei. Sie bombardieren die auch. Auch heute früh haben sie sie bombardiert. Was ist denn wichtig dort? Dass die Kräfte, die aus dem Ausland kommen oder von außen kommen, das sind halt die Tanks, die Kanonen, die Mordsagranaten und viele andere Waffenarten. Diese sind wichtig. Aber die, die was hineingekommen ist, JPG ist dabei, die davon zu säubern. Wir hoffen, dass in kurzer Zeit Kobane befreit werden kann. Aber es heißt nicht, dass Kobane bereits befreit worden ist. Es gibt viele Dörfer auch. Und die müssen auch gesäubert werden, befreit werden. Was wichtig ist jedoch, ist, als erstes, als sie am 15. September begonnen haben, sie wollten innerhalb von fünf Tagen Kobane unter ihre Kontrolle bringen. Der Widerstand in Kobane hat das verhindert. Und das Volk hat auch sehr klug, sehr intelligent gehandelt, sodass die Verluste so gering wie möglich gehalten werden sollten. Die Ressourcen, die in der Verfügung standen, sind sehr geringe. Dennoch, die Menschheit hat es doch erlebt. Und deshalb haben sie sich auch daran beteiligt. Wir haben immer gesagt, die Freunde der Kurden sind lediglich die Berge. Wir haben jedoch festgestellt, dass die ganze Welt unsere Freunde sind. Das heißt, wenn wir die Werte der Menschheit und die Demokratie schützen, die ganze Welt werden unsere Freunde sein, sind unsere Freunde. Deshalb am 1. November, so wie Sie erlebt haben, Millionen von Menschen in vielen Ländern sind auf die Straße gegangen. In über 216 Städten haben Veranstaltungen stattgefunden, weil Kobane die Werte der Menschheit geführt haben. Sie haben die Demokratie, sie haben die Gleichheit, sie haben die Gleichheit der Geschlechter geschützt. Und daher vielen Dank an alle Menschen, die sich an dieser Veranstaltung, die an dieser Demos teilgenommen haben. Unser Dank an alle Menschen auf der gesamten Welt, die sich daran beteiligt haben. Als Kobane alleine war, hat Widerstand geleistet und hat nicht aufgegeben. Jetzt, wo die ganze Welt unser Freund geworden ist, erst recht werden wir es nicht aufgeben. Hinzu kommt es, dass es klar geworden ist, wer sind die Freunde von IS und wer Feiglinge ist und aufgibt, hat sich kristallisiert und hat man herausgefunden, wer die Menschenrechte verteidigt und wer sich dafür einsetzt. Das sind Klarheiten, die geschaffen worden sind und wir versuchen auch Forschungen darüber zu machen, zu ermitteln. Was hat Kobane verändert? Ich denke, Kobane hat sehr vieles verändert und ich denke, einige dieser Elemente müssen untersucht werden. Das heißt, die Veränderung dieser Prozesse, was im Nahen Osten geschehen ist, dieser Prozess, was in der Gesellschaft entstanden ist, Selbstvertrauen der Menschen ist es erzielt worden. Zum Beispiel, wenn eine Armee wie eine irakische Armee, das, so wie Sie sagen, für 15 Milliarden Dollar haben sie Waffen gekauft, haben sie gegen diese radikalen Extremisten noch nicht mal vier Stunden Widerstand geleistet. Eine syrische Armee, die über so viele Erfahrungen verfügt und alle möglichen Waffen und Ausrüstungen hat, die haben einen Ort nach dem anderen an der islamischen Stadt verloren. Diese alle könnten keinen Widerstand gegen IS leisten. Jedoch Kobane, ihre Zivilisten mit so einfachen Waffen, waren in der Lage, gegen die Panzern, gegen die Kanonen und so weiter, Widerstand leisten. Das heißt, eine Sache haben wir am Anfang der Revolution gesagt, Wenn ein Volk organisiert ist, gut strukturiert ist und demokratische Verhältnisse hat und nach demokratischen Prinzipien geht, dann kann es auch nicht ohne Unterstützung beziehungsweise ohne Schutz geben. Das heißt, das Volk alleine ohne organisierte militärische Einheiten kann der Demokratie und kann das Volk nicht geschützt werden. Die meisten von denen, 180.000 Leute, sind in die Türkei geflohen. Also wenn man das Zweifache davon nimmt, 400.000, das heißt, es sind einige Tausend Menschen, die Widerstand geleistet haben. Warum könnten sie, was ist das Geheimnis dabei? Das Geheimnis des Widerstandes ist es, dass das Volk organisiert ist, dass bestimmte Strukturen geschaffen worden sind. Hinzu kommt es, ich glaube, man kann viele Lehren aus dem Widerstand von Kobane haben. Wieso, vielleicht die andere Frage, wieso die Angriffe auf Kobane, wieso wird Kobane angegriffen? Es gibt ein kurdisches Sprichwort, das heißt, der besagt, die Hungern denken immer an das Brot, an Speisen. Wir auch Kurden, besonders unsere Erfahrungen im 20. Jahrhundert, wir haben immer die Gleichheit gesucht, wir hatten Sehnsucht nach Demokratie, nach Gleichheit, Gleichberechtigung, wie die Brüderlichkeit, weil keiner unsere Existenz, unser Dasein akzeptierte, um überhaupt mit uns Brüderlichkeit zu schließen. Niemals wurden wir unsere Existenz akzeptiert, um zu sagen, dass wir gleich sind. Selbst die Namen unserer Dörfer wurden arabisiert, wurden umbenannt. Sie wollten an sich uns entwurzeln, sie wollten einfach uns vernichten. Wir haben doch gesagt, dieses Sprichwort, dass die Hungrigen an Speisen denken, wir haben festgestellt, da Demokratie unsere Sehnsucht ist. Also daher haben wir festgestellt, dass wir die Demokratie brauchen und selbstverständlich gab es von Beginn an, die Widerstände der Kurden haben nicht aufgehört und sind es hintereinander gewesen. Jedoch ist kein System geschaffen worden. Das heißt, das Brot, an dem wir dachten, wir haben festgestellt, dass dieses Brot oder diese Speisen ist die Demokratie, ist die unabhängige Demokratie. Wir als Partei haben wir im Jahre 2007 als unser Programm festgelegt und wir haben nach Möglichkeiten gesucht, um dieses Projekt umzusetzen. Heute finden einige Sachen im Nahen Osten statt. Ich möchte mich sehr kurz fassen, denn diese Sachen müssen erst ermittelt werden, geforscht werden. Es gibt ein System im Nahen Osten, welches zu Beginn des 20. Jahrhunderts begonnen hat, ist es bis zu einer Stufe gekommen. Das ist die Diktatur, die Unterdruckung der Einheitspartei oder einer Partei, die beherrscht. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere in der Zeit der Globalisierung ist es nicht mehr zeitgemäß. Die Völker des Nahen Ostens haben auch Interesse daran, dass diese Veränderungen stattfinden. Deshalb akzeptieren sie keine Diktatur mehr, keine Partei mehr oder Unterdruckung mehr. Der Nahe Osten an sich ist eine Region, die reich ist an Ressourcen. Einerseits die Völker, die Strukturen müssen Veränderungen stattfinden, als auch die internationale Gemeinschaft hat es festgestellt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass diese Systeme fortgesetzt werden. Daher ist es im Nahen Osten erforderlich, dass Veränderungen stattfinden. Jeder versucht selbstverständlich, die Veränderungen so herbeizuführen, wie seine Interessen sind. Daher diese Revolution, die im Nahen Osten, in dieser Region, einige haben es arabischen Frühling genannt, wir haben es Völkerfrühling genannt. Wie man das nennen möchte, Fakt ist es, dass eine Veränderung stattfinden sollte. Das heißt, das alte System ist nicht mehr akzeptabel. Jeder versucht an sich zu ziehen, an sich zu reißen. Das heißt, die Kräfte, die versuchen ihre Interessen fortsetzen, das heißt, dass sie die Ressourcen von dem Nahen Osten ausbeuten wollen. Es gibt regionale Kräfte, die bestimmten Status dort haben wollen, auch an sich ziehen. Jedoch das Volk möchte was anderes, möchte Freiheit, möchte Demokratie, möchte vieles. Jedoch das Volk ist noch nicht organisiert. Diejenigen, die organisiert waren, waren wir. Wir haben ab 2007 begonnen mit unserem Projekt der Organisation. Das heißt, als die Revolution im Nahen Osten begonnen hat, haben wir umso mehr unsere Bemühungen verstärkt, um den Organisationsgrad zu verstärken. Das heißt, die Veränderungen hatten bereits ab 2004, 2003, 2004, 2005, haben sie begonnen. Also seit der Gründung unserer Partei hatten wir mit den Veränderungen begonnen. Das heißt, es gab bestimmte Strukturen, die gegeben waren, die vorhanden waren. Das heißt, die Sehnsucht oder die Suche nach Nahrungsmitteln oder nach Speisen war es schon begonnen. Das heißt, als in Tunesien, als Bel-Eid sich umgebracht hat, haben wir erlebt und das heißt, die Revolution ist dort entstanden, auch in Ägypten, in Libyen. Deren Revolution ist in einem anderen Wege gegangen. Das heißt, die haben die Revolution in andere Kanäle gelenkt. Wir haben gesehen, dass bei uns auch die Revolution versucht wird, in einem anderen Kanal zu lenken. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass die Revolution an sich für das Volk sein soll. Das heißt, alles, was sie wollten, haben wir an sich ihnen nicht zugehört. Was wir gemacht haben, haben wir das Volk geschützt. Wir haben das Volk organisiert, dass das Volk sich selbst schützt und dass Demokratie in der Bevölkerung ist. Seit der Gründung dieses Systems, seitdem wir diesen Gesellschaftsvertrag kreiert haben, welches für den Nahen Osten sehr wichtig ist, haben wir als Beispiel, haben wir als Muster für die Region aufgebaut. Das heißt, das, was wir in Westkurdistan, also in Rojava gründen, ist es nicht nur für Rojava, vielmehr für Gesamtsyrien. Ich kann behaupten, dass das für den gesamten Nahen Osten wichtig ist. Dann ist es, um einerseits das alte System zu überwinden, andererseits, um demokratische Strukturen zu schaffen. Einige sagen, ISIS, also die islamische Stadt, ist nichts anderes als ein Instrument. Im Nahen Osten, was war erforderlich? Im Nahen Osten war es so, dass wir ein altes System hatten. Das heißt, es gibt ein altes Haus, das alte Haus musste an sich abgebrochen werden. Wer macht das? ISIS ist das System, welches diese Abrissarbeiten übernimmt. Wer will, wer soll aufbauen? Das heißt, ISIS ist nur dafür da, um die Abrissarbeiten zu machen. Aber den Aufbau wollten sie auch übernehmen. Dieses System, wir wollten an sich reißen. Wir wollten jedoch, dass das Volk das aufbaut. Wie gesagt, das ist ein Instrument. Sie sind es nicht die Wichtigen, vielmehr deren Unterstützer, vielmehr diejenigen, die das kreiert haben, diese Kräfte aufgebaut haben, die müssen abgeschafft werden. Die müssen nach den Haaren kommen zu internationales Kriminalgericht. Die müssen vor Gericht gestellt werden als Verbrecher. So ein System kann nicht akzeptiert werden. Viele sehen ihre Interessen gefährdet. Sie sehen, dass deren Interessen im Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, in einer Gleichheitsgesellschaft, die haben immer versucht, die Christen und Muslime gegeneinander aufzuhetzen. Sie haben immer die Kurden und Araber gegeneinander aufgehetzt, Esidi und Muslime gegeneinander aufgehetzt, um ihre Interessen zu schützen und das ist das Ende dieses Systems. Das heißt, unser Kampf muss dafür sein, dass wir im Nahen Osten ein System schaffen, dass das Volk sich selbst schützt, dass die Gleichheit, dass die Demokratie, dass die Frauenrechte, dass die sozialen Rechte da sind. Sie wollen einfach dieses System, das System, was wir schaffen wollen, zerstören. Deshalb auch sind die gekommen nach Kobane. Dennoch heute Kobane ist auf dem Weg des Erfolges und ich glaube, dass der Erfolg, den wir erzielen, ist es nicht nur ein Erfolg für Kobane, vielmehr für den Nahen Osten, vielleicht für die Werte der Menschheit insgesamt. Die demokratische Autonomie in Rojava basiert eigentlich auf das Konzept demokratischer Konfederalismus, demokratische Nation, demokratische Republik von dem Führer der BKK, den Abdullah Öcalan. Er hat ja jenseits des Staates der Macht und der Gewalt ein solches Konzept entwickelt und das wird umgesetzt. Aber es gibt auch gleichzeitig andere Positionen, zum Beispiel in Südkurdistan wird ein Referendum vorbereitet für einen möglichen Nationalstaat. Ist das ein Widerspruch zu Rojava oder ist das miteinander verbindbar? Und wie sehen Sie die Perspektiven aus? Also die Perspektiven von Rojava und wenn Sie noch ganz kurz dann sagen können, was Sie von der demokratischen Öffentlichkeit für Kobane und für Rojava erwarten, dann wäre das eine ganz gute Sache. Bitte schön. Es trifft zu. Die demokratische Gesellschaft ist eine historische Erfahrung, insbesondere die Erfahrung aus Europa, also die Beispiele aus Europa. Selbstverständlich Referendum, das in Süden Kurdistans stattfindet. Wir respektieren das und wir respektieren, wenn das Volk eine Entscheidung trifft, haben wir Respekt vor Entscheidungen des Volkes. Aber wir haben auch eine Erfahrung. Also wir glauben, dass der Gedanke, den wir haben, die Idee, die wir haben, wenn Baschur, also Südkurdistan aufgebaut wird, wenn es so gebildet wird, dann eine demokratische Gesellschaft. Dennoch jede Entscheidung, die vom Volke ausgeht, haben wir Respekt davor. Und unser ganzes Volk möchte die demokratische Gesellschaft, also die demokratische Autonomie. Der Gedanke, der derzeit im Süden ist, ist an sich eher ein älterer Gedanke, der Gedanke des Nationalstaates, das ist schon seit der französischen Revolution und die Europäer haben auch viele Erfahrungen in diesem Bereich. Wir haben auch vielleicht zuvor auch darüber gesprochen, vor ca. 250 Jahren, das heißt, seit in den beiden Weltkriegen sind es ca. Millionen Menschen umgekommen sind, um Nationalstaaten hier und dort zu bauen. Und diese Nationalstaats Grenzen sind es an sich mit Blut aufgebaut worden und derzeit werden diese Grenzen aufgehoben. Also wenn sie jetzt nach Deutschland kommen, zur anderen Nachbarstadt gehen, sehen sie auf einmal, dass sie diese Grenzen aufgehoben haben. Warum müssen wir denn so viele Milliarden dafür ausgeben, um diese Grenzen aufzubauen? Deshalb denken wir, dass die demokratische Gesellschaft die Lösung ist. Dennoch wir hoffen wir, dass unser Projekt ist nicht nur für die Kurden im Nahen Osten, vielmehr für den gesamten Nahen Osten. Und wir finden an sich keinen Widerspruch, weil es genug Erfahrungen gibt, Erfahrungen in Europa und anderswo. Und wir haben daraus unsere Lektion gelernt. Wir haben daraus gelernt, dass die Ideen, die diese Ideen geschaffen haben, Philosophie und Ideen ist die Philosophie des Apo, des Führers Öcalan. Es ist nicht nur für eine, sondern für die Nationalitäten im Nahen Osten. als Idee ist es eine sehr gute Idee, aber derzeit ist es auch implementiert worden. Das heißt, gibt auch, diese Ideen werden umgesetzt und der Wille des Volkes ist entscheidend. In Rojava durch den Wille des Volkes haben sie diese Entscheidungen getroffen und es ist für uns sehr wichtig, den Aufbau, die Bildung eines freien Menschen ist das Wichtigste und ich hoffe, dass woanders auch freie Bürger, freie Menschen stehen, die mit ihrem Willen durchsetzen und die klassischen Strukturen hinter sich haben. Die Idee ist richtig und die Philosophie des APO ist es und das ist, was auch umgesetzt wird. Es heißt jedoch nicht, dass die anderen auch das nicht umsetzen können. Die Araber können das umsetzen, auch andere Völker können das umsetzen. Daher jeder hat an sich Respekt davor, weil das auch in die Praxis umgesetzt worden ist. Vielleicht gibt es bestimmte Details, die in der Praxis stattfinden. Wir haben zum Beispiel dort Räte gebaut, wir haben Volksräte gebaut, die bestehen aus Kurden, aus Araber, aus anderen und diese Räte entscheiden, was getan werden soll. Vielleicht der Gesellschaftsvertrag gibt es eventuell bestimmte Ansätze, die nicht in die Ideen von Herrn Ögerland sind. Dennoch, das Volk hat diese Ansätze in diesen Gesellschaftsvertrag hineingebaut. Das heißt, die Leute entscheiden zusammen, wie dieser Gesellschaftsvertrag entstehen soll. Ich glaube, dieser Gesellschaftsvertrag ist sehr modern, sehr fortgeschritten. auch einige, obwohl viele europäische Länder auch, die sind sehr fortgeschritten in ihre Gesellschaften. Dennoch gibt es einige Ansätze, die in diesem Gesellschaftsvertrag viel fortschrittlicher sind als die Gesellschaft in Europa. Daher sehe ich keinen Widerspruch in diese und gibt es keine Konflikte. Vielmehr, dass dieses Projekt eher vorankommt, nicht nur für die Kurden, es ist eine Erleichterung sowohl für die Kurden wie auch für die anderen Völker, die mit den Kurden zusammenleben. Was erwarten Sie von Europa? Selbstverständlich Europa hat seine Erfahrungen, was Demokratie und Menschenrechte anbelangt. Sie haben ihre Organisation. Ich hoffe, dass was Sie daran glauben und für richtig halten, dass Sie das machen. Sie sagen, dass wir Demokratie unterstützen, dann bitte ich schon, unterstütze Demokratie. Wenn Sie sagen, dass Sie die Menschenrechte schützen und unterstützen wollen, dann mögen Sie auch das tun. Vielleicht einige Sachen sind es Menschenrechtsorganisationen, die viele Staaten zur Rechenschaft ziehen, beziehungsweise ihnen zeigen, wie es ist. Die sind auch nach Rojava gekommen. Wir haben gesagt, bitte kommen Sie und untersuchen Sie, was bei uns ist. Kommen Sie bitte und helfen Sie uns dabei. Wir sind neu, wir sind einfach in unserer Arbeit neu. Kommen Sie mal und helfen Sie uns, wenn wir Fehler machen, zeigen Sie uns auf, welche Fehler wir machen. Helfen Sie uns, dass wir selber lernen, damit wir diese Fehler nicht mehr machen. Also diese Organisation haben gemacht, wir haben viele Sachen umgesetzt, die an sich die Gesellschaft entscheidet, wie das geht. Und Europa hat viele Erfahrungen in Demokratie und in Gesellschaft aufbau. Deshalb bitte kommen Sie und helfen Sie uns, dass Sie unsere Leute bilden, dass Ihre Experten, Ihre Fachleute, die kommen, schicken Sie bitte die zu uns und Sie sollen uns beibringen, wie wir das machen. Wir können aber auch unsere Leute lernen, wie so was vorgeht. Sie unterstützen nicht uns, sondern Sie unterstützen die Demokratie. Unsere Tür ist offen, bitte kommen Sie in unser Kanton in Kamischloh, in Jazeera, in Afrin, ich hoffe bald auch in Kobane, sind die Türen offen, bitte kommen Sie rein, überzeugen Sie sich selbst, auch Fehler, die wir haben, helfen Sie uns dazu, dass wir diese Fehler überwinden als unsere Hoffnung. Es gibt Linke auch in der Türkei, die sich als Internationalisten an dem Kampf der JPG und JPG-Einheiten in Kobane beteiligt haben. Sie sprechen von der Pariser Kommune des 21. Jahrhunderts. Du warst selbst da. Kannst vielleicht deine Eindrücke darstellen, aber mich interessiert auch, warum die Türkei eine solche aggressive Haltung gegenüber Rojava. Denn du warst ja in der türkischen Seite teilweise auch und kannst uns darüber einiges erzählen. Bitte. Ja, erstmal auch von meiner Seite schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind und so ein großes Interesse an dem Thema und an der Solidarität Rojavas vorhanden ist. Vielleicht zu meiner Person, wer mich nicht kennt, ich fahre seit über 25 Jahren in die kurdischen Regionen, insbesondere in die Türkei, in den Irak, aber auch nach Syrien. Und ich kenne mich relativ gut aus, nicht so gut wie die Menschen, die dort leben, aber ich glaube, dass ich schon viele Konflikte erlebt habe. Dort insbesondere in der Zeit, als das türkische Militär eben massiv dort gegen die Kurdinnen und Kurden vorgegangen ist, gegen die Dörfer, die geräumt haben, wo man versucht hat, also im Grunde genommen den Kurden die Kultur zu nehmen. Ich habe auch erlebt, wie im Irak die Kurden gegeneinander gekämpft haben, Puck gegen KDP. Und ich habe jetzt erlebt, was in Rojava aufgebaut wurde, unter extrem schwierigen Bedingungen. Rojava, wir haben das alle schon gehört, ist wirklich eine vorzeigende Demokratie, kann eine Hoffnung sein für dieses Syrien und für die gesamte Region. Das denke ich, ist überhaupt keine Frage, weil es stimmt einfach. Wir haben dort eine Räterepublik, eine Demokratie, die geübt wird, die eben nichts damit zu tun hat, dass Religion entscheidet, sondern die Menschen entscheiden und die Sachentscheidungen sind wichtig. Und wenn ich darüber spreche, schlimme Bedingungen oder schlechte Bedingungen, dann denke ich zuerst an das Embargo, an das Hungerembargo, was die Türkei ganz Syrien auferlegt hat und was natürlich vor allen Dingen die Zivilbevölkerung dort trifft und vor allen Dingen eben auch in Rojava. Das heißt, es kommt über die Grenze überhaupt nichts rüber, keine Hilfe, nur mit großem Druck ist jetzt überhaupt jetzt in der jetzigen Situation Medizin rübergekommen oder auch Hilfsmittel von internationalen Organisationen. Und selbst ich als Diplomatin, die früher immer ganz normal nach Syrien gefahren ist, also über Nassalbin, nach Kamischli, musste also den Umweg nehmen über den Irak, dann über Simalka, wo wir einreisen konnten. Also die Türkei hat die Grenzen dicht gemacht für die kurdischen Menschen, mit Ausnahme einer einzigen Gruppe, die zwei Pässe haben, also einen syrischen und einen türkischen Pass in Syrien. Aber dieses Embargo, will ich einfach nochmal sagen, hat die Menschen auch in Rojava dazu gezwungen, Lebensbedingungen zu entwickeln. Also vor zwei Jahren zum Beispiel, während des kalten Winters, haben die Menschen ihre Möbel zerkloppt und die Bäume abgehackt, damit es überhaupt warm wird. Sie haben in dieser kurzen Zeit es geschafft, Generatoren zu bauen, die heute immerhin in der Lage sind, den Leuten dort drei Stunden am Tag Energie zu geben. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, drei Stunden am Tag. Als wir im August da waren, waren 47 Grad in Schatten. Und wir hatten es nicht so geplant, aber als wir dort ankamen, hat GPG und PKK gerade die Flüchtlinge den Korridor gebaut, also zu Tschengal. Und ich will hier einfach auch nochmal deutlich sagen, Kobani ist ein Punkt, der angegriffen wird. Aber wir haben auch massive Kämpfe weiterhin in Schengal. Der IS dort versucht nach wie vor die Heiligtümer der Jesiden zu zerschlagen. Es gibt ungefähr rund 10.000 Jesiden, die dort in dieser Region noch leben. Und sie rufen auch danach, dass sie Hilfe brauchen, humanitäre Hilfe. Die Leute können einfach nicht raus, sie sind eingesperrt, genauso wie die kämpfenden Menschen zur Zeit in Kobani. Weil die Türkei macht die Seite dicht und auf der anderen Seite kämpft IS. Und liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir die Türkei, die möchte ich ganz besonders ins Visier nehmen. Weil ich denke, das ist unglaublich, dass ein NATO-Staat so etwas betreiben kann, wie er gegenwärtig betreibt. Dass er zum Beispiel die IS-Milizen im wahrsten Sinne des Wortes aufrüstet, dass er dazu beiträgt. Der Geheimdienst. Es gibt eine Stiftung von der AKP namens Soziale Gerechtigkeit, die alles möglich macht, damit die IS-Milizen dort entsprechend kämpfen. Ich habe zum Beispiel gerade letzte Woche eine kleine Anfrage, ihr könnt das auch morgen in der Jungen Welt in der Auswertung lesen, eine kleine Anfrage gestellt, was die Bundesregierung weiß über die Unterstützung der Türkei von Dschihadisten und faschistischen IS-Milizen. Ihr müsst euch vorstellen, dass Fragen nach Waffen, die über die Grenze gebracht werden. Die Bundesregierung weiß ganz genau, dass die IS-Milizen dort fünf Grenzen kontrolliert, an der türkisch-syrischen Grenze. Aber die Fragen, was die Bundesregierung weiß über die Waffenlieferungen, die über die Türkei laufen, über die Ausbildungslager, die in der Türkei vorhanden sind für IS-Milizen und andere Jihadisten, über die Krankenhäuser, wo IS-Milizen zusammengepflegt werden, damit sie weiter kämpfen können, ihr werdet es nicht glauben, diese Antworten sind geheim. Und was sagt uns das? Die Bundesregierung weiß eine ganze Menge über diese Unterstützung der Türkei und sie will nicht öffentlich Kritik an der Türkei üben. Im Grunde genommen wissen wir alle, also zum Beispiel hat Guido Steinberg, er ist Nahost-Experte, er hat vor kurzem eine sehr ausführliche Expertise vorgelegt über die Unterstützung der Türkei und der IS-Milizen. Eigentlich hat die Bundesregierung alles bestätigt, dass das stattfindet, aber es darf nicht öffentlich werden. Und ich meine deswegen auch, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist, hier in Deutschland für die Wahrheit zu kämpfen. Hier in Deutschland dafür zu kämpfen, dass klar gemacht wird, es gibt noch viele Staaten, die diesen Terror indirekt unterstützen, auch wenn sie sich der Anti-IS-Koalition USA und anderen Ländern angeschlossen haben. Und ich will noch eins sagen zu dem Punkt, ich glaube nicht, dass die USA und die Deutschen, weil sie jetzt an Perschmäger Waffen gesammelt haben, die neuen Freunde der Kurden sind. Ich glaube, dass es hier ganz klare geostrategische Interessen gibt, die sowohl die USA als auch diejenigen verfolgen, die sich jetzt zusammengeschlossen haben und angeblich den IS bekämpfen wollen. Ich will hier nochmal ganz deutlich sagen, ist es nicht so gewesen, dass genau diese Staaten, die sich jetzt so aufspielen als die großen Kämpfer gegen die IS-Milizen und Faschisten, diejenigen waren, die sie groß gemacht haben, die sie vorher bewaffnet haben? Ist es nicht Katar, Saudi-Arabien, die USA und auch Deutschland gewesen, die im Grunde genommen permanent verharmlost haben, das sind Oppositionelle, das sind Rebellen, wie haben sie gesprochen? Sie haben nie davon gesprochen oder überhaupt, wenn Leute gefragt haben, wie auch die Linke im Bundestag, welche Kräfte werden dort eigentlich unterstützt? Das sind keine demokratischen Kräfte von Anfang an gewesen. Und man hat es einfach verharmlost und verniedlicht, genauso wie man jetzt in den Antworten nicht zugeben will, dass das wahr ist, dass IS-Milizen und Faschisten in der Türkei unterstützt werden und dass sie dort auch agitieren können. In den kurdischen Gebieten in der Türkei können IS-Leute mit Flugblättern, mit Flyern Anwerbungen machen, setzen Leute unter Druck und sie sind einfach auch dort präsent, ohne dass der türkische Staat irgendetwas unternimmt. Und warum? Weil er im Grunde genommen, Erdogan hat das sehr deutlich gesagt vor einigen Wochen, er sieht überhaupt nicht ein, warum die entscheidenden Terroristen, PKK und Assad, warum man die nicht bekämpft und wieso eigentlich IS. Also im Grunde genommen will er sie gar nicht bekämpfen, hat sich jetzt natürlich formal dieser Koalition, immerhin es handelt sich hier um einen NATO-Staat, aber ich glaube, dass wir hier ganz klare Interessenskonflikte im Moment auch haben zwischen den Amerikanern und den Türken. Ich meine, man kann sich das einfach, wenn wir uns überlegen, die Wochen, die wir jetzt vom Fernseher gesessen haben, gesehen haben, was mit Kobani passiert, ist doch eine einzige Blamage gewesen für Obama, der nicht mal in der Lage war, so einige Truppen von IS-Milizen dort einfach mal wegzufegen. Nein, warum hat man überhaupt so lange gewartet, bis sie in der Stadt waren? Warum hat man erst mal die Ölquellen bombardiert? Und nicht die Menschen gerettet. Also ich bezweifle ganz ernsthaft, dass diese Kräfte die neuen Freunde von den Kurden sind. Das glaube ich einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir eine ganze Menge zu tun haben, um, wenn wir Druck ausüben wollen, auf die Türkei und auf das, was sie an Politik gegenwärtig macht, weil ich glaube, sie will so etwas wie ein neues Osmanisches Reich, sie wollen vor allem in den Krieg weiterhin gegen Assad und sie wollen eigentlich, wie gesagt, also dieses Land besetzen. Sie wollen natürlich auch Rojava platt machen, weil für sie ist ganz klar, Rojava ist ein Sympathieträger der PKK und das ist ja auch kein Geheimnis, dass man dort die Ideen von Öcalan umsetzt. Hier ist ja schon viel berichtet worden. Also ich fand auch sehr imponierend, welche Rolle die Frauen in Rojava spielen. Aber unabhängig davon, man will diese Kurzeigedemokratie nicht. Die könnte ja auch für Menschen in der Türkei Wirkung zeigen, dass die Leute sagen, wir wollen auch so eine Demokratie. Und genau das will Erdogan verhindern. Deswegen fordert er auch ständig seine Schutzzone dort. Zum Glück kann man sagen, weder die NATO noch UN wollen das gegenwärtig. Aber wenn das gemacht worden wäre, würde das bedeuten, dass Rojava einfach von der Türkei überrannt wird. Und diese Genehmigung, dafür müssen wir auch weiter kämpfen, dass sie nicht erteilt wird. Und vor allem bin ich der Meinung, auch die deutschen Raketen, die Patriotraketen müssen dort abgezogen werden, damit Deutschland nicht in einen neuen Krieg oder möglicherweise auch in einen Krieg verwickelt wird. Denn genau deswegen stehen dort die Raketen. Wenn ich zuvor gesprochen habe, dass es geostrategische Interessen gibt, dann will ich auch nochmal darauf kommen, warum spaltet Deutschland die Kurden? Es gibt die Guten, die Peschmäger, die Bersanis. Und es gibt die Bösen, die PKK, die man nach wie vor verbietet, die auf der EU-Terrorliste stehen. Die übrigens im Unterschied zu IS, die bis heute nicht auf der EU-Terrorliste stehen, zwar inzwischen verboten wurden, weil es sie auch Druck gab. Aber diese geostrategischen Interessen, die Deutschland insbesondere verfolgt, kann man zum Beispiel an einem CDU-Abgeordneten namens Friedbert Pflüger nachvollziehen. Er ist Direktor einer Öl-Compagnie in London und er ist jetzt auch Direktor in einer Öl-Compagnie in Erbil. Das heißt, man ist schon dabei, im Grunde genommen auch daran teilzuhaben, was hier an möglichen Ressourcen drin ist. Und wir wissen alle, wenn man die Karten sieht im Internet, die Kurden leben auf einem sehr reichen, rohstoffvollen Land und Öl spielt eine wichtige Rolle dabei. Und wir wissen ja auch, dass die Geschäfte alle schon laufen. Also die Ist-Milizen bzw. Terroristen verkaufen Öl an die Türkei. Der Basani hat zurzeit eine Haushaltssperre vom Irak, weil er das Öl von Kirkuk bereits an die Türkei verdielt und wahrscheinlich auch an andere Länder. Deswegen hat er eine Haushaltssperre. Also wir dürfen meiner Meinung nach nicht aus den Augen verlieren, dass hier eine ganz klare Interessenspolitik stattfindet. Was nicht heißt, dass man deswegen nicht auch das nutzt. Also natürlich will ich nicht verheimlichen hier, oder will auch deutlich sagen, eine Selbstverteidigung der Kurden, das ist überhaupt kein Thema, auch in der Linksfraktion nicht, in der Linkspartei nicht. Und natürlich habe ich auch manchen Augenblick geglaubt, diese Atempause, die einige Bomben von den Amerikanern, den Kurden verschafft haben in Kobani, keine Frage. Aber das Bomben am Morgen der Amerikaner, das wird keine Lösung sein. Davon bin ich fest überzeugt. Denn letztendlich, das sieht man ja auch jetzt, wird man, wenn die Menschen selber kämpfen müssen. Kobani kann nur von den Kurden befreit werden und von niemand anders. Wenn dort interveniert wird, wird dieses Land den Kurden nicht mehr gehören. Davon bin ich fest überzeugt. Ich will noch ein paar Punkte zum Schluss sagen. Wir können keinen Stellvertreterkampf führen. Das müssen, wie gesagt, die Menschen vor Ort und in den Ländern, in der Türkei, für Demokratie, in Rojava, in Syrien, aber eben auch im Irak. Auch die Frage, ob es einen kurdischen Staat geben soll, ja oder nein, ich finde, das müssen die Kurden selber entscheiden. Wir müssen hier unsere Schwerpunkte darauf legen, endlich dieses PKK-Verbot aufzuheben. Deswegen wird die Linke jetzt im Bundestag einen Antrag einbringen, nach 20 Jahren das erste Mal. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass endlich die Menschen, die hier kurdische Politik machen wollen, Interessen vertreten wollen, entkriminalisiert werden. Und deswegen muss dieses Verbot endlich weg. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wir müssen unsere eigene Regierung unter Druck setzen, dass sie Länder wie die Türkei unter Druck setzt. Schließlich ist das NATO-Partner. Wir müssen dafür sorgen, dass das Embargo wegkommt, weil dieses Embargo drangsaliert Menschen und macht die Lebensbedingungen extrem schwierig. Und was besonders wichtig ist, wir müssen hier für Humanität kämpfen, was die Flüchtlinge, nicht nur aus Kobani, sondern insgesamt aus Syrien, aber auch ganz besonders im Moment für die kurdischen Flüchtlinge, weil die Türkei kennt ein Zweiklassensystem, was Flüchtlinge angeht. Diejenigen, die aus der sunnitischen Ecke geflohen sind und in die Türkei geflohen sind, die Lage habe ich auch gesehen. Dort findet man Werkstätten, dort gibt es Supermärkte, dort gibt es winterfeste Häuser bzw. Zelte. Die Lager, die man von den Kurden gegenwärtig sehen kann, sind erbärmlich. Und die Türkei hat bisher nicht einen kleinen Finger gerührt, um dort wirklich Hilfe zu leisten. Wenn, dann machen das vor allen Dingen dort die Kurden und einige wenige internationale Organisationen. Und auch hier haben wir die Aufgabe, Solidarität zu zeigen mit den Flüchtlingen und mit der Bevölkerung, auch in der Türkei, mit der kurdischen Bevölkerung, denn die leistet das im Wesentlichen seit dem Sommer, wo viele Flüchtlinge gekommen sind. Ja, und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese Situation der Verteidigung, dass dort auch entsprechend ein Korridor her muss. Die Türkei muss gezwungen werden, dass nach Kobani ein Korridor geöffnet wird, damit dort entsprechend die Lebensmittel natürlich auch Waffen rein- und rausgebracht werden können und ja, also wirklich eine Versorgung möglich ist und keine weitere Kriminalisierung. Denn viele von euch wissen, dass zurzeit die Menschen, die verletzt rausgebracht werden aus Kobani, ins Krankenhaus kommen, selbst dort verfolgt werden von den türkischen Behörden. Und das halte ich als für einen einzigen Wahnsinn, dass man dort die Menschen ins Gefängnis steckt, die gegen Isfaschisten kämpfen und das scheint hier noch nicht angekommen zu sein. Und deswegen glaube ich, unsere Aufgabe muss sein, Druck auf unsere Politik zu machen. und ja, danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auch auf eine gute Diskussion mit euch. Ja, liebe Ulla, noch nicht befreit von den Fragen. Okay. Nur zwei Sachen. Natürlich im Zusammenhang mit der Politik der Bundesregierung sprechen gehässige Mäuler von einer heuchlerischen Politik. Denn vielleicht ein paar Zahlen, die Energieressourcen, um die es geht, zum Beispiel im Nordirak, das sind 45 Milliarden Barrel Rohöl, 200 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Aber nicht nur das, im östlichen Mittelmeer, im Levantebecken, gibt es 3,5 Billionen Kubikmeter Erdgas. Also es geht um viel Geld, es geht um Energiesicherheit und Menschenrechte oder Flüchtlinge sind nur dann halt notwendig, wenn es zu Legitimationszwecken für bestimmte Interessenpolitik gemacht wird. In diesem Zusammenhang, du hast ja das PKK-Verbot angesprochen, aber das PKK-Verbot kriminalisiert und stigmatisiert ja nicht nur Kurdinnen und Kurden. Wir haben jetzt vor kurzem erlebt, dass die Bundestagsabgeordnete Nicole Golke, deine Kollegin, ihre Immunität wurde aufgehoben, weil sie eine PKK-Fahne gezeigt hat. Sie wollte da eigentlich auf die Absurdität dieses Verbotes hinweisen, weil auch der Begriff des Terrorismus und des Terrors sind ja durchaus politisch zu sehen. Und dann habt ihr, um die Absurdität nochmal zu erhöhen, zehn oder zwölf Abgeordnete der Linksfraktion ein Foto gemacht mit der PKK-Fahne. Manche haben euch kritisiert, weil es falsch rum war. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Was wird passieren? Wird auch die Immunität von euch aufgehoben? Und was hat das PKK-Verbot mit unseren Rechten zu tun? Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch bei uns jetzt die Schritte gemacht werden, dass die Immunität aufgehoben wird. Aber ich finde einfach, dass man durch Abgeordnete auch mal zeigen kann, was Hunderten von Menschen hier in Deutschland, Tausenden passiert ist, dass sie einfach verfolgt werden, weil sie verbotene Symbole zeigen oder weil sie auf einer Demonstration Bilder von Öcalan zeigen. Was übrigens in der Türkei längst nicht mehr der Fall ist. Ich war auch in der Türkei auf Demonstrationen. Dort ist es völlig selbstverständlich, dass man Bilder von Öcalan zeigt und die Fahnen und Symbole. Aber in Deutschland, Deutschland war immer schon ein Stückchen weiter, wenn es um die Repression und die Entscheidung gegen die Kurden ging. Also ich erinnere mich sehr gut daran, damals gab es eine Zeitung, Özge Gündem, die war in Deutschland eher verboten als in der Türkei. Und wenn man sich das anguckt, wie dieses Verbot praktiziert wird, muss man sagen, der einzige EU-Staat, der das so restriktiv umsetzt und so wirklich mit Kriminalisierung durchzieht, das ist Deutschland. Es gibt kein anderes EU-Land, wo so viele Prozesse laufen, wo so viele Menschen auch ins Gefängnis gekommen sind. Über 100 Menschen sitzen im Gefängnis, die entweder als PKK-Kader oder Sympathisanten oder was auch immer bezeichnet wurden oder angeblich irgendwelche Gelder zur Unterstützung an die PKK geschickt haben, all solche Dinge. Und ich finde, dass es an der Zeit ist, dass man endlich eine offensive Kampagne dagegen macht. Dass es nicht sein kann, dass eine Organisation, eine Partei, die in der Türkei so hohes Ansehen genießt in der Gesamtbevölkerung, die im Grunde genommen sich hier niemals terroristisch betätigt hat. Ich meine, man kann über manche Aktionen diskutieren, die es damals gab, nach dem Verbot der PKK, die Autobahnblockaden und Ähnliches. Die kann man gut finden oder nicht, aber Terrorismus war das hundertprozentig nicht. Und ich habe in den ganzen Jahren, ich bin seit über 20 Jahren, Bundestagsabgeordnete, immer wieder nachgefragt, was habt ihr den Kurden hier vorzuwerfen? Und was sind wirklich, was ist Terrorismus? Also man hat es im Grunde genommen niemals belegen können. Und deswegen denke ich, es ist auch gut, wenn Abgeordnete sich trauen, jetzt so eine Aktion zu machen, nicht nur, weil die Nicole Gülke jetzt betroffen ist durch die Aufhebung ihrer Immunität, um wahrscheinlich ein Verfahren kommt, sondern weil wir insgesamt beschlossen haben, wir müssen eine offensive Kampagne gegen dieses PKK-Verbot führen. Und zwar nicht nur in Form von, ja, ich sag mal, von Anträgen und ähnlichen mehr. Denn die Bundesregierung ist ja nach wie vor der Meinung, dass die PKK genauso gefährlich ist wie der IS. Ja, sie sagen zwar nicht quantitativ, aber qualitativ sind sie genauso gefährlich. Mir ist nicht bekannt, dass die PKK jemals Menschen abgeschlachtet hat oder ähnliches. Und ich glaube, diese Debatte muss einfach jetzt in der deutschen Gesellschaft geführt werden und natürlich auch bezogen auf die EU-Terrorliste. Denn dafür ist nicht nur Deutschland zuständig, sondern unter anderem auch die Amerikaner. Was war dein zweiter Teil? Was hat das mit unseren demokratischen Rechten überhaupt zu tun? Naja, also im Grunde genommen fragt man sich ja seit langer Zeit, also auch was für ein Demokratieverständnis überhaupt dahinter steht, wenn eine Bundesregierung so restriktiv Zehntausenden, ja man kann fast sagen fast Hunderttausend Menschen in Deutschland oder mehr in Deutschland es unmöglich macht, sich demokratisch zu betätigen. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt. Wir brauchen hier eine Demokratisierung, weil ich der Meinung bin, nur wenn wir hier demokratisieren, wird es auch gelingen, in der Türkei sowas wie einen Friedensprozess voranzubringen. Also das kann im Grunde genommen für den Friedensprozess eine Stärkung sein, eine demokratische Stärkung. Und deswegen denke ich eben auch für unsere Demokratie ist es wichtig zu erkennen, dass man hier nicht einfach irgendeine Parteiorganisation verbieten kann, die eigentlich für Freiheit, für Menschenrechte sich eingesetzt hat über viele, viele Jahre. Danke Ulla. Also quasi die eigenen Hausaufgaben erledigen für einen Politikwechsel kämpfen wäre wahrscheinlich eines der Beiträge für die Befreiung von Kubanen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Am 12. Dezember 2014 im Salon unter dem Titel Hoffnungsträger unter Beschuss der Kampf um kurdische Selbstverwaltung in Rojava, Möglichkeiten und Herausforderungen linker Solidarität. Teilnehmen werden Muslim Örtülü von der Jivaka Asad, Kadri Akarji von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Barim Mahmoud, ich hoffe, das ist richtig, der Vorsitzende des Verbandes kurdischer Ärzte in Deutschland e.V.